Aber ich fand auch, dass die besser waren als Gold. Die waren eigentlich relativ gut, fand ich. Ja, vielleicht haben die jetzt ja sonst auch nicht gespielt und müssen erstmal richtig eingerängt werden. Jo, losdreißig. Wir sind sonst auch nicht auf Goldniveau. Naja, stimmt. Oh, das sieht ja geil aus, wenn Autos jetzt schwarz sind. Vollstil. Geil. Oh lol. Ey, ich bin schwer runter durchgefahren. Nein, ich hätte ihn. Oh nein. Gefährlich. Oder auch nicht. Geht nach vorne der Ball. Aber krieg ich natürlich nicht, weil ich keinen Boost habe. Aber so funktioniert das. Geil. Ein Lopfer. Hm. Oh. Gut. Geht hin, habt ihr es jetzt zum Fuß. He he. Schön, er ist da zum Handeln gezwungen, die Leute. Ah, da liegt uns. Ja, der ist drin. Geil. Nice. Auf. Genau. Genau. was wir denn können ob die mitte und das hat nun von mir auch gut ein glück das ist noch mal gut gegangen macht mich auch noch kaputt Oh scheiße, das ist aber, ah scheiße. Da kommt's. Schön. Oh, ich wollte das mit dem X mal ausprobieren, aber das habe ich jetzt wieder vergessen. Boing. Ja. Start. Aua. Aua. Scheiße. Die drücken ganz schön gerade, die sind richtig hart am drücken. Aua. Schade. Da war noch ein bisschen fix und dann wird's dabei. Nein. Oh, du warst nicht gut. Ich hab keinen Boost. Oha. Oha. Oha, immer raus damit. Was für ein Spiel gerade, ey. Irgendwie ist das ganz komisch. Okay, die hat dazu drüber gespielt. Ich dachte, der hat jetzt zwei 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 gespielt. Ich hab's auch nicht mit dem Ball. Die haben die beiden gespielt so bald, ey. Die halten die beiden mir gerade echt ganz gut. Und unsere Hälfte. Ich hab' ihn, glaub ich, sogar noch gerettet, glaub ich. Nee, dort ist ein Torschuss auf jeden Fall. Nein, der geht nicht, aber da kommt das Vorlage vielleicht. nicht. Ich mach keine Vorlage. Oha, schade. Weil ich nicht so früh in der Luft. Nein, doch. Schön im Winkel. Gerade noch bekommen. Unerreichbar. zweites spiel ist bei der sieg ja läuft geil trantüte 1 10 meter pro sekunde tor ja gut macht man auch die langsamen dinge platin 1 ich habe jetzt gar nichts gesehen ob ich hochfahre nicht ich habe gerade gesehen dass er umgeschwenkt hat auf platin 1 auch scheiße doch ein bisschen zu schnell das mache ich stark ach scheiße problem ticken zu Ah, schade, wollen sie überlassen. Ich habe erst dann auch gezögert, weil ich das gesehen hatte da vorne. Warte. Ah, schön, bin erst. Okay. Stark. Ja, so versucht man das, wenn man kein Boost hat eigentlich. Ich brauche auch die Kunststücke in der Luft, ey. Opa kommt. Der wäre gefährlich, wäre er da nicht mehr dran gewesen. Weiße. Fuck. Okay, wir können ihn halten. Ah. Bis jetzt haben wir stark verteidigt. Ja. Irgendwann starten wir halt Kacke zum Ball. Okay. Okay. Das ist ein schöner Ball. Leider krieg ich nicht. Der ist aber erst nach Pfosten, außer hat er gehalten. Nein! Oh Gott. Der hat plötzlich richtig Speed drauf gehabt dabei. Da ist er. Wo kommt's? Versuch rein zu spielen. Ja. Die haben halt ein Tor, ne? So oder noch? Oh. Scheiße. Ich kann hier nicht weiter wegkicken ohne Boost. Ja. Ich kann mich bei dir durch das. Ja. Oh, fuck. Nein. Schade. Der Charin ist aber auch echt gut, ey. Scheiße. Schade. Wäre ein Tor geworden vielleicht.